Der alte Wirt in Hugelfing vereint bayerische Bodenständigkeit mit Finessen der modernen Küche. Eine Kombination, die Sie sich keinesfalls entgehen lassen sollten. Das von Familie Reichel sehr erfolgreich geführte Gasthaus punktet mit Gemütlichkeit und einer umfangreichen Karte. Von mannigfaltigen Schnitzelvariationen bis hin zu flambierten Himbeeren bekommen Sie hier alles, was Herz und Gaumen begehren. Silvio Reichel persönlich empfiehlt bayerische Schmankerl der Sonderklasse. Ob Scheufall mit Kraut und Knödel oder hausgemachte Rouladen. Die regionalen Köstlichkeiten werden hier auf höchstem Niveau zelebriert. Der in französischer Küche ausgebildete Tausendsasser gilt als wahre Experte für ausgefallene Wünsche. Selbstverständlich erfüllt er auch Ihren kulinarischen Traum. Die Zufriedenheit der Gäste steht hier an allererster Stelle. Gasthaus zum alten Wirt. Im gemütlichen Biergarten schmeckt das frischgezapfte gleich noch besser. Die Zufriedenheit der Gäste ist im Holzland. Was für Women in der Schmerz.inen Lisa R